hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahmesession hinterm horizont mit philipp und jasmin die von philipp gesteuert wird hallo philipp hallo ja das ist die aufnahmesession quasi nach dem stream mit jada wenn mit dem entwickler des spiels ja wie hat es dir gefallen mit jada mir hat sehr schön gefallen man hat viel gelernt viel erfahren doch war gut und wir sind weit gekommen sehr weit endlich 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 den großen rucksack und wir haben viel zu tun kristalle ja zwei wasser kristalle die wir nutzen können ein licht wärme kristall den wir nutzen können ja ja und wir haben viel 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 vor es ist frühling es ist frühling ja also bis zum winter hin brauchen wir noch mehr kristalle oder so dass wir bis zum nächsten winter hin auch auch dort anpflanzen können also was mich was mich stutzig gemacht hat ist dass diese um die kristalle herum nur ja die lava war ja auch noch wo ist eigentlich unsere fans sind da ist unser pflänzchen das sieht man aber echt kaum ja das ist hier da der orange punkt ja das sieht man echt kaum dass das um die kristalle herum die 8 felder werden gewärmt und und mehr nicht tatsächlich hat er ja auch gesagt da wo der kristall steht kannst du auch pflanzen also neun felder neun felder ja also da wo der kristall steht kannst du tatsächlich auch pflanzen hallo gritt wir haben eine katze bekommen ja manu geht wir gucken erst mal wer braucht die hühner glaube ich hat gegessen und getrunken sechs tage gezählt silvia ist hungrig also ist es der felix und hildegard auch noch sechs tage ist erwachsen okay okay die kristall haben wir bei den bäumen da oben stehen ja wir werden erst mal füttern und unsere gerätschaften zusammensuchen die wir brauchen die ring den ring den du jetzt da drin hast der ist schaufel lassen wir tatsächlich noch hier den zaun behalten wir auch noch bei uns das essen packen wir gleich in die andere kiste das machen wir mal so ja den ring ich glaube das ist aber der alte oder es ist der neue ring ich weiß es jetzt gar nicht deswegen fragte ich gerade nein es ist der neue ja die frage ist müssen wir noch mal darunter und die eine kiste war die noch voll ich glaube wir haben alles geholt glaube ich 50 10 das ist hin und hergerissen okay wir haben hier noch einen schlüssel der war irgendwo tiefer glaube ich hatte er gesagt jetzt müssen wir tatsächlich gestreamt haben mit ja da wenn da war ich doch schon ganz schön aufgeregt seid ihr so gemeint zu mir bin ich gar nicht weil ich war ganz schön aufgeregt alter vater hallo brauche ich erstmal kann ich glaube ich wir brauchen wir brauchen auf jeden fall die hacke ja die brauchen wir nehmen den korb mit rein ich weiß nicht ob wir die leiter brauchen wir werden sie einfach mal hier rein packen haben wir werden die wasserkristalle hier rein haben wir mit kailan ich glaube da kommen wir werden nachher gleich mal nachgucken das gehört hier nicht rein die nehmen wir nehmen wir nehmen wir mit die werden wir auch noch brauchen im frühling was ist das gelbe was ist das gelbe rechts da die hier das ist eine suppe oder was das gelbe rechts das hier nein oben 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 die vier 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 rechts 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 das ist eine feuerfalle feuer fallen legt eine eine feuerfalle auf den boden die bei jeglicher berührung explodiert vorsicht so du kommst noch mit ich werde den schlüssel auch erst mal hier rein packen wir müssen jetzt erst mal alles ein bisschen beiseite nehmen was eigentlich für die mine ist warum haben wir hier noch ich glaube ich hatte eins zu vielen wir hatten hatten wir nicht wir wollten noch mal eine minenkiste machen also eine kiste wo wirklich genau wo die sachen die wir looten einfach erst mal reingeschmissen werden oder die wir mit runternehmen dann sozusagen eine kiste wo wir wo wir die sachen reinschmeißen die wirklich immer nur für die mine sind oder die jetzt zum zum looten oder so sind ja jetzt muss ich tatsächlich gucken wir haben einen platz frei brauchen dann kann ich natürlich auch die spitzhacke mitnehmen ja was ist mit der mit der sachen wird zu verkaufen ich packe die erst mal hier kurz rein weil wir brauchen tatsächlich hier von zwei die packe ich gleich unten rein gritt wollte auch aber gritt essen haben wir hier nicht drinnen gritt kriegt spiegeleier kartoffeln spiegeleier ja die spiegeleier würde ich sagen ich glaube die waren hier drinnen müssen wir auch mal zwei stück nehmen ja das haben wir das haben wir im übrigen auch dazu gelernt gehabt im stream dass wenn die nur ein herz geben dass das nicht reicht sondern wenn die müssen diese diese schüssel haben genau also ich werde das auch hier wieder reinpacken das auch wir haben gar nichts zu essen dabei das ist aber auch nicht gut da haben wir nämlich das problem was hier fehlte da müssen unbedingt anbauen kartoffeln ohne ende also ich würde da echt einen großen agger machen ja wir haben ja hier rechts an der seite haben wir ja auch reichlich frei aber da ist ja das problem da ist ja kein guter boden aber wir haben ja hier das feld was wir umsetzen können wir könnten ja zauern ziehen und ja unser schwein da drüben rauf setzen ja aber stein zauern gleich ne also meins gleichen vernünftigen ja wenn wir stein zauern machen können wir nachher da kein acker machen dann ist es ja bleibt es ja das fällt der stein zauern nicht wieder abgemacht werden weiß ich nicht kann ich dir wirklich nicht sagen ob wir unsere sachen dann wieder kriegen muss erstmal pause machen hier sonst läuft die zeit uns davon aber geht das nicht automatisch wenn man in den kissen ist dass der pause ist nein automatisch geht es nur beim 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 händler also hier machst du das selber tatsächlich also hier guck da musst du selber machen ja dass du dann die zeit hast praktisch hier so ein bisschen ja jetzt fehlt uns ein bisschen der platz ich habe sowieso was drin dann packen wir das dass es nicht verkauft werden der kann auch verkauft werden das weiß ich nicht benutzen oder was ja das ist ja das rostige ja was ja die machst du ja das nächste ja aus dem mache ich glaube ich das was ich jetzt habe aber du hast noch ein säbel oder ja doch ach so ja 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 ok mache ich mal so und so und es wird verkauft sage ich jetzt mal so dann trenne ich das mal so ein bisschen das müssen wir noch in die richtige kiste kennen und weil du gerade hier bist kommen wir ja hier musst du gleich gucken wie es ist na ja das ist felix lässt silvia läuft hier noch irgendwo rum das wäre gleich gut die lief jedoch irgendwo rum das ist jetzt das problem sie zu finden gritt muss auch finden und wir hatten tatsächlich im stream das problem das problem dass sie hier unter dem dach waren das ist wie er felix als wir kaum muss man auf dem bild sagte sie wieder da so jetzt bräuchten wir natürlich gritt aber vielleicht läuft sie uns noch über den weg da wir haben momentan sowieso auf dem hoch sind kein platz hier haben wir noch plätzchen ja da wollten wir auch noch mal unterscheiden wir müssen auf jeden fall hier das mitte besorgen ja 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 sehr schön dann können wir hier tatsächlich gleich mal füttern wie süß auch lieb so grittes gefüttert hat gegessen das ist hier tatsächlich da zwei vier fünf eigentlich sechs da sind vier da sind zwei tatsächlich ja würde die jetzt nicht so schnell wegnehmen wollen wollen jetzt vielleicht brüten sie ja den acker frei machen aber ich würde sagen wie spät haben es 18 uhr ist ein bisschen spät wir haben dienstag guck mal nach oben nach den bäumen genau also der baum ist eine wärme kristall hallo da wieso so weit weg fühlt sich gut an kann auch 1117 tage leben ich müsste natürlich auch mal das sieht alles gut aus was ich sagen wollte ist noch nicht gelogen diese kristalle sind jetzt die kleinen kristalle welchen meinst du das ist ein großer hier das ist jetzt aber ich würde sagen es ist ein größerer weil der besteht ja aus zwei der hat ja den wärme kristall und den licht kristall inne aber ob es jetzt ein ganz großer ist das weiß ich jetzt nicht dass das hier steht schon wieder ein baum zwischen der da nicht hingehört ja ja das sind zwei bäume wir haben die nicht gut angeordnet tatsächlich 10 grad stirbt in 16 tagen ja der müsst die müssen hier in wärme könnten dann müsstest du eigentlich den wärme kristall dazwischen setzen ja die könnten wir jetzt da hinsetzen ich glaube der andere würde trotzdem noch überleben ich glaube das war mit der axt nimmt man den hof ja sehr schön dann müssen wir mal zwischen die beiden denn das geht ja dann müsste das jetzt für beide bäume gelten sehr schön noch ein höher war das weg das war dort ja ja moment sehr schön noch mal die fünf und dann war das hier zwischen direkt an die direkt an den baum können ich setze die mal hier hin da hilft auch da auch die frage ist glauben wollen wir gehen die geno die die sagen kann zeigen gar nichts an also die ist eigentlich alles in ordnung jetzt wird es tatsächlich schon wieder dunkel was ist hier los ach so deswegen sehr schön könnte es noch eis machen alle gut versorgt ja zwölf tage uhr ihr brotbaum stirbt in zwölf tagen könnten wir nachher noch mal da hinstellen sollte der schnee jetzt nicht demnächst wo haben neun tagen neun tagen wiesel fahren war ja sowieso in pause ja wir müssen hier ein paar bäume wegnehmen wir wollen jetzt demnächst auch mal gucken dass wir wege hergestellt kriegen wir wollen andere zäune setzen die nicht gleich kaputt gehen das heißt wir werden wahrscheinlich in der nächsten zeit mal auf level 8 gehen und uns kalkstein holen und tiere hatten wir gefüttert immer frühzeitig schlafen die arme jasmin musste so hart dran oh ja sie hat gut geschuftet aber heiko hatte schon recht guck mal während du jetzt sich da um die bäume gekümmert hat deswegen die mehrspieler modus hätte ich jetzt gesagt was auch ich gehe ich pflanze jetzt da an und mache und das wäre schon du hast aber auch gehört dass es kein nein dafür war sondern einfach nur dass vorher eben andere sachen wichtiger sind ja 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 aber das wäre jetzt schon mal zumal jetzt würde ich tatsächlich schon anfangen mich um bete zu kümmern du könntest dich um wege kümmern und 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 also das wäre glaube ich schon ganz cool aber wie gesagt er hat ja auch nicht nein gesagt und was mich erfreut ist wir werden demnächst hier unseren hühnern wenn wir glück haben einen namen geben können man braucht nahrung mal ein problem ich habe hier noch ein gewicht aber reicht dir nicht du weißt das na gut dann kriegst du mal was ordentliches jetzt ist sehr schön okay wir wollen natürlich auch deinen deinen wir wollen dich nackig machen nackig machen für die laber wolle kriegt man viel geld also und hier hoffen wir dass demnächst die hühner schlüpfen also die hühner brüten genau so womit jetzt gucken ach so erst mal kontrollblick an dem baum ist ja schon fast dran hat ja ich muss mal ein bisschen dichter aber ist die lava nicht weitergegangen nicht wirklich aber hier glaube ich nicht weiter runter gegangen ich weiß es nicht die armen hühner na gut sollte es vielleicht die eine ecke ein knicken ach du meinst von innen noch mal ein zaun gegensetzen warte das kriegen wir glaube ich so das heißt wir gehen mal kurz rein zu dicht so klappt das ja nicht so war das nicht okay so würde ich sagen das reicht wir gehen jetzt erstmal die stadt ja ihre sind erstmal kurz glücklich wir gehen in die stadt wir haben leider noch nicht das glück wir haben noch neun grad ich hoffe dass jetzt der schnee so langsam schmilzt ja noch viele samen rum du stehst sowieso im weg so war doch tot da müssen wir da muss unbedingt wo ist ganz schön nachgewachsen weil hier war auch alles mehr besuchen ja das machen wir auf dem rückweg so wenn ich eigentlich kann ich quer gehen ja ich muss sagen holen und dann muss ich zu nahe der name ist weg ja nicht zu magta und zu alfred alfredo wo bist du denn jetzt hingewiesen äh waldheim wir wollen zu alfredo in den laden hier da mag es mag da mag da im laden nee alfred ist glaube ich im laden ja alfred ist im laden und mag da auch mag das im laden so kommen wir hier ich hab's denn hier nicht so wir wollen tatsächlich zum laden wir müssen samen holen schließt war noch nicht weg aber wir nutzen die zeit hier sagen wir mal hallo vielleicht kannst du das hier gebrauch so was haben wir bekommen eine tulpenblüte wir können dem wasser blumenstraße ja wir können einen blumenstraße auf jeden fall noch aber einen hatten wir ja schon so hallöchen hallo ich habe etwas schönes für dich mein mädel tschüss magda guck mal da haben wir mal richtig viele schöne herzen gekriegt schon ja wir hatten ja nun viele viele aufträge schon für sie gemacht so was haben wir hier wir haben tomate tomate ist lehm roterde schwarzerde den boden haben wir tatsächlich reichlich wir könnten ich weiß aber nicht ob wir noch tomate haben ich würde erst gucken wollen wichtig sind jetzt zwiebeln genau wir brauchen tatsächlich hier zwiebeln dann nehmen wir natürlich erst mal woher ist das da können wir noch mitnehmen ok genau würde ich auch sagen dann nehmen aber nur ein sticken mit das ist ganz schön teuer ähm hier laubeerbusch hm ich glaube 10 dürften reichen wir brauchen nur die hälfte damit sich das vermehrt meinst du nicht doch 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 ich muss mir nur gerade nase putzen sonst muss ich gleich wieder niesen alles gut alles gut alles gut alles gut ähm tatsächlich sind hier auch noch bäume die wir pflanzen müssen wollen wir auch noch ein paar rosen anpflanzen ja was meinst das kann nicht schaden das kann nicht schaden auch 10 stück ach guck mal wir sind 20 ne wir dem 10 jetzt reicht wir wollen wirklich mal was anpflanzen damit wir wirklich zur verfügung haben achso ähm ich weiß gar nicht haben wir noch maissaat ich glaube nicht ist natürlich für die tiere ist notwendig ähm aber ich glaube so viel platz haben wir nicht 10 reichen glaube ich weil der teich ist natürlich auch nicht so mächtig wo ist jetzt die kartoffel da da nehmen wir natürlich genauso viel mit ja sehr schön hier brauchen wir einen sticken aloe vera aloe ja aloe vera hier war glaube ich roterde schwarzerde das problem da müssen wir warten tulpenzwiebel würde ich nicht kaufen die haben wir garantiert da erdbeeren erdbeeren ganzen sticken so mh die hälfte oder oder kannst du auch ganzen sticken mir ist egal wir nehmen wieder 10 ne 10 reichen deswegen habe ich ja gesagt unser geld ne das schwindet ganz gut aber wir wollen natürlich auch oha anbauen äh wenn ich jetzt wüsste was du nicht weißt ne das ist das problem ähm pause äh nebenquest äh exotischer Obstsalat Lena möchte exotischen Obstsalat für Gertrud und Helmut zu bereiten ich soll dafür die benötigten Früchte liefern Mango Erdbeeren und Zitrone also Zitrone haben wir stehen Erdbeeren haben wir gerade mitgenommen und Mangobaum haben wir glaube ich mhm ja das heißt das ist zum Beispiel das haben wir ähm Lasagne brauchen wir die Milch Wolle ist klar ah hier Gemüse und Obst ähm 40 Kornähren 12 Maracuja Früchte ich glaube den haben wir auch Macadamiennüsse Karotten brauchen wir Karotten und Paprika müssen wir tatsächlich wieder Paprika mitnehmen ähm dann würde ich sagen wir nehmen 3 ich weiß nicht wie 4 ich glaube wir hatten nur die 3 ähm Schwarzerde Roterde genau die Schwarzerde glaube ich da haben wir den Baum drauf ja das heißt ähm Magda wir wollen von dir wieso kriege ich dich gerade nicht jetzt achso so wir brauchen von dir ähm 3 Paprika sehr schön und Dings ähm Karotten 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 wie viel Früchte kriege was mir hier so ein bisschen fehlt noch ist wie viel Früchte vielleicht rausspringen könnten aber das ist ja sowieso unterschiedlich ich weiß es ja nicht wie das das ist wahrscheinlich und definiert mhm Minimum Wachstum Zeit 7 Tage Keimzeit 3 Tage äh mach doch 20 Stück oder so na gut ich nehme 20er mit Moment wo ist es denn wenn die Karotten also die wären ja nicht schlecht ne wieso ach da ähm ne Karotten wären nicht schlecht so dann haben wir ordentlich Geld ausgegeben muss ich sagen mhm 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 das ist glaube ich beim Schreiner mhm mhm heuraufe Anleitung Anleitung extra starker Dünger Platter Robuste Weidezaun und äh Plan Robuster Weidezaun das wird aus dem Holz gemacht aha ok die Heuraufe wäre für die das ist ja ist das für Esel oder für was ist das die Heuräufe würde ich sagen ist sowas wie Manu die ist ja zum Beispiel Heu dass die dabei gehen kann ne das wäre glaube ich auf sich dann nachher ein auch vielleicht das wäre aber nur für den Winter also das hat noch Zeit würde ich jetzt sagen im Sommer machen da brauchst du die musst du nicht immer gucken dass du die fütterst das ist genau das gleiche im Sommer muss ich die ja nicht füttern im Sommer bedient sie sich ja an dem Gras was überall ist ähm und bei den Hühnern würde ich das auch die müssen wenn die den Hühnerstall haben haben die nicht aus automatischen Futter äh 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 genau also äh da werden wir auf Sicht zum Winter hin auf jeden Fall Vorbereitung treffen dass die Tiere versorgt sind jetzt möchte ich tatsächlich nochmal bevor wir nach Hause gehen noch fix zum Schreiner du kommst her hier das habe ich im Wald gefunden bis später Colin was war das das war was rotes zwei Erdbeeren yes da haben wir schon die ersten Erdbeeren sehr schön das fängt schon mal gut an wir haben Tulpe bekommen wir haben Erdbeeren bekommen ähm muss ich tatsächlich mal gucken da an ihm vorbei äh die Frage ist ob er da ist da ist da ist er schon na warte mal warte mal warte mal nicht abhauen komm her komm her ich beeile mich auch hi Jasmin wie findest du das kannst du behalten bis bald Luke komm her hier halt alle Jasmin im Frühling bekommen die Schafe von unserer Haustür manchmal junge die sind so süß mach's gut Lena so guck mal nochmal schau was ich für dich habe mach's gut Lisa sehr schön wir haben gleich wieder was abgefasst und wir müssen sowieso mit den beiden Damen demnächst ähm du kommst mal bitte her kannst du erstmal Dialog nehmen mach ich klar das hatte ich noch im Lager liegen bis später Till so gucken wir gleich nach was haben wir bekommen die Kiste äh ihr Bauplan für die Kiste ich glaub den haben wir schon ne ah ne kann ich nicht hier verkaufen kann nur Holz verkaufen hier ja da ist der Bauplan der kostet 2520 ich glaub ein bisschen später ne machen wir ein bisschen später es läuft nicht weg es läuft nicht weg ähm Steinholz Laubholz Weichepolster und Eisenerz ist eigentlich Sachen wo wir schon rankommen mhm und von jedem eins ist also auch nicht das Problem würde ich sagen oder ich weiß ja nicht ob das angezeigt wird wenn es mehrere sind auf jeden Fall wäre das auf Sicht besser wenn wir dann mit 30 Eimern durch die Gegend laufen brauchen wir nicht immer zum Wasserrennen ja 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 vor allen Dingen ist das ein Plan guter Eimer ich glaub das gibt ja auch mehr Wasser ok bezweifelig also zweieinhalb sehr schön was dass das mehr Wasser gibt oder äh jetzt rennen wir mal kurz zum Laden hier hoch jetzt möchte ich gucken ob wir im Plan gleich verkaufen können hier hallo ist der Laden ist laden hast du Wir sehen uns beim nächsten Mal.